... und Leonhardisch. Schätzchen. 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 Noch nicht zuerst für die Zeitgruppe, weil der Truppe auch noch Zeit meistert. Selina. Du musst fahren, wenn du gewend bist. Du kannst ja nicht einfach die Rettung schenken. So, sagt sie. Sicher nicht. Wer war denn wieder? Selina. Dann klebt man ja noch eine Tour für ihn. Zum Beispiel. Pöpfen. Pöpfen. Also, die ganzen Winnetou-Bücher habe ich. Und andere Sachen. Nicht immer an den Ski zu kasten. Dann kannst du mir Verdacht verbreiten. Hä? Wieso geht der auch rechts rum? Was? Links. Äh, links. Was hat man mit dem Mund? Ist der Kander schneller? Ja, aber... Du musst aber kürzer, sicher. Kürzer ist es. Jetzt. Da war schon ein bisschen. Alle brauchen. Wie ist es? Sag es. Das spielt keine Rolle. Es spielt keine Rolle. Also, ich wünsche dir. Bis später. Ciao. Ciao. Immer wenn es die Schlüssel für mein Geheimnis sind. Wenn es nicht perfekt sind. Schau. Schau. Jetzt ist einer runter. Ja. Einen nehmen wir. Einen nehmen wir. Hey Leo, reiss die jetzt im Riemen. Einen. 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 Einen ist schon. Einen. 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 Schatz, ich flätter. Hey! Nein!